So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Last of Us. Dann gucken wir doch einfach mal, was hinter dieser Tür ist. Ich hoffe ein Medipack oder sonst irgendwas. Ich bin ziemlich fertig. Oh. Okay. Das führt mir jetzt auf ein riesengroßes Schiff, das kaputt ist. Okay, so groß ist es nicht. So groß ist es nicht. Warum rede ich so komisch? Ich habe keine Ahnung. Ey, du bist aber motiviert. Ein Buch? Gibt es das Buch auch in echt? Das wäre irgendwie echt cool. Pokerkarten? Ey, ich würde die so eiskalt mitnehmen. Äh, Pokerkarten. Ja, halt normale Karten. Aber du hast doch Munition. Nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Haut endlich ab. Ey, haut ab. Robert. Jaja, ganz ruhig. Ich schau mich erst mal um, ne? Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verpasst, aber... Oh. Ups. Verdammt. Okay, wird wohl nix mit umschauen. Hier lang. Alles klar. Okay, diesmal kriege ich dich aber. Wo bist du lang? Wir haben ihn gleich. Ich habe keine Ahnung, wo er lang ist. Ey, bewegt dich, Joel. Los. Auf geht's. So. Noch geschafft. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur sagen... Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay? Hör zu. Lasst mich einfach rausreden, okay? Fuck. Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so weit ist doch gar nicht. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee! Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung! Wir erklären es ihnen! Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft es nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen. Und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Alles klar. Ich glaube, ich schau mich hier auch nicht. Und es wird ja langsam echt richtig interessant. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Kann ich jetzt was sagen? Schön. Und alle, hopp. Ladies first. Gehen Sie, Madame. Du willst anscheinend kuscheln oder so. Ich habe keine Ahnung. Das wird ja jetzt richtig spannend, ne? Hm. Oh. Du, 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 du. Was ist denn hier los? Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Ja, was müssen wir da wohl schmuggeln? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Hey, Teile. Meins, meins, meins. Endlich mal was gefunden. Ach so. Ja, kommen wir gleich. Interessiert dich das wirklich, nachdem du so viele Leute eiskalt umgebracht hast? Ich glaube nicht. Ja, okay. Vielleicht doch, weil es ist ja schließlich deine Beute, ne? Moment, Soldaten. Kein Problem. Naja, ich bin so gut wie tot, darum würde ich lieber gerne schleichen. Zu derer? Ich glaube, das sollte kein... Oh, doch. Das wird ein Problem. Äh. Hier ist aber auch wirklich gar nichts, ne? Kann man hier irgendwie runtergehen? Sieht nicht danach aus. Dann muss ich wohl die Teile nehmen. Okay. Ich sollte möglichst wenige Leute töten. Ich sag gerade, ich sollte möglichst wenige Leute töten, damit die hier nicht so auffällig rumliegen und alles. Und die kommt mir, ja, hier, ich nehm den da. Der hat mich nicht gesehen, krass. Okay, ich muss den aber töten. So. So. Ups, jetzt habe ich den aus Versehen mit dem Messer getötet. Hey. Hey. Dankeschön. Hm? Oh. Cool. Medicate. Äh. Wie ging das gleich wieder? Ich suche mir lieber gleich mal eine Deckung, damit ich mich da in Ruhe heilen kann. Und dann. Genau. Und wie war das dann? Ah, ja. Richtig. Ja, cool. Jetzt kann ich auch mal wieder kämpfen. Geil. Das ist eine geile Sache. Dankeschön. Und hier ist sogar noch ein Medicate. Ja. Nice. So. Jetzt muss ich aber wieder meine Waffe ausrüsten. Sehr geil. Wenn ich zuschlage, nimmt er automatisch den Stock. Genau. So gefällt mir das. Gut. Also das hat sich schon gelohnt. Endlich mal. Ach ja. Das ist egal, was ich davon jetzt mitnehme. Boah. 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 Schreck mich doch nicht so. Meine Fresse. Ich hätte jetzt fast eine reingehauen. Ja Wahnsinn. Was ist mit dir los, du Verrückte? Oh. Äh. Was ist das? Ja egal. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Irgendwas mit Scherde. Schere, Stein, Papier oder so. Ich habe keine Ahnung. Hm. Viele Leute sind es hier nicht mehr, ne? Das heißt, ich kann mir den da jetzt schnappen. So. Ich dachte, wir schießen da auf mich. Ja. 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 So. Gut. Gut, gut. Läuft ja. Wohin gehst du? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Eigentlich wollte ich ja nicht so viele Leute töten, ne? Das war nicht so wirklich meine Absicht. Schande. Nein. Schande. Verdammt. Wohin lauf doch. Wohin lauf doch. Warum läufst du nicht? Ey. Warum bist du jetzt nicht gelaufen? Ich habe doch gedrückt. Verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Jetzt sind wir gleich da. Und ich bin gleich wieder tot. Super. Verdammt. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Aber der hier hat Munition hinterlassen. Ja. Geil. Okay. Vier Schuss. Immerhin. Sehr gut. Okay. Es hat immerhin funktioniert. Zwar nicht so gut. Aber ich habe den einfach nicht gesehen. Den dritten. Der kam da auf einmal von irgendeiner Ecke aus angeschleicht. Ich habe keine Ahnung von wo. Wahrscheinlich von hier unten. Ach diese Tür. Okay. Ah ja. Das ist doch die Tür die ich gesehen habe. Alles klar. Dann gehen wir mal rein. Wohin gehen wir Marleen? Wohin gehen wir Marleen. Hier lang. Es ist nicht mehr weit.